Nein, der Wurmloch-Treasure geht mir echt auf den Sack, ich bin tot. Ja, ich frage dir, wenige Sekunden würde ich mal so behaupten. Vielleicht ist es mal wieder voll entspannt gegen den Wixer zu spielen. Ich hasse diese Krüppel einfach nur, diese Krüppel. Krüppler, Krüppler. Ja, Krüpplers, Krüpplers. Innerhalb Dolls Blutigen Sechsen, jetzt gehen wir einfach mal direkt da rein, ich hab keine Bock mehr, Ja, da wollte ich eigentlich grad hin, aber dann kamen die Treasurer. Scheiße, die Treasurers. Echt 10.000. Boah, alter Junge, was ist mit deinem Geld? Gutes Geld, das ist... Brauchen wir ja auch auf jeden Fall, wir brauchen so viel Geld, das ist der Hammer. Wir müssen ja so viel Munition holen. Ach ja, wir können jetzt auch mittlerweile hier rein, stimmt ja. Wir hätten vorne durch die Tür reingekonnt oder nicht? Ja, ich bin doch schon, ich bin doch der... Nein, Tür zu! Du meinst jetzt zwar nicht, aber... Oh, mach dir die Tür auf! Ja, mach doch selber. Hast du keine Hände bis zum Boden, oder was? Erstmal wird hier noch EP. Oh, EP. War da zu! Ich zu! War da zu! Doch! Ach so, das war ja nur der Raum hier. Ah, ich kann doch mal verkaufen, das ist nur ne geile Idee. Oh, das ist sehr gut, die Idee. Wo ist denn jetzt über die Party, ne? Doch, ich hab's nicht nötig. Glaub ich. Wo ist denn jetzt über die Party? Ja, ist mir doch egal. Party, Party! Egal, egal! Party, Party! Egal, egal, egal! Uff, ich hab nen... Ach, durch mein Wettestrang hab ich nen Skin bekommen. Ähm... Bandit in Flammung. Hört sich ja bis nach Firehawk an. Komm bald wieder und schaut ihr meine neue Waffe! Ach, ich hab ja jetzt 31, jetzt kann ich auch das eine Schilder usen. Wow! Alter! Granate raus! Tür zu! Tür zu! Höh, warte mal, was ist denn woanders? Ach, das war das... Typ! Tür zu! Granate raus! Jetzt reicht's mir! Ach, jetzt kann ich ja gar nicht mehr... Jetzt kann ich ja gar nicht mehr... Base locken! Achso! Du bist Notiz! Aha, aha, aha! Okay, schade! Bis bald! Jetzt kannst du nur noch diese komische Kugel da machen, oder was? Was ist denn hier eigentlich? Ja, ich hab hier auch ein bisschen Party gemacht. Was? Da ist so ein SMG oder so ein Scheißer für dich. Ja, ja. Alles scheiße. Du hast jetzt hier mal ein bisschen gelevelt für uns. Ja. Hast du gut gemacht. Ja. Tür auf, Granate raus! Tür zu! Beste Taktik ever! Ja. Äh, innerhalb Dalls blutigen Sechsten. Mhm. Was heißt denn Sechsten? Keine Ahnung. Dommerpermo. Ah! Ich hab Angst vor dem Geziefer. Was schreit denn denn wie so ein Mädchen? Was für ein Glück hab ich so eine große Schrotfin in der Hand. Aber geil. Ich würd gern mal wissen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Woche in Urlaub fahren würde oder so. Und die Freundin ist allein daheim. Und du gibst ja so eine Schrotfin, die so Granaten schießen kann, ja. Wie danach die Wohnung aussieht. Was mit Spinnen und so einem Spaß, ja. Das kannst du nicht machen, Mann. Da steht das Haus nicht mehr. Das ganze Haus ist weg. Boaaaah. Egal ob's da, der PC steht noch. Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Lol, wie übertrieben. Was denn? Was denn? Was? Ich hab grad mit meiner, meiner weggeschmissenen Waffe so ne Larve getötet. Ist ja gar nix drin. Nein, der Hins ist schneller. Ah, der Hins ist schneller. Alter, die Schrotflinte ist ja noch richtig lame. Ah, jetzt hör auf mit der Schrotflinte. Oh. Nein, die ist richtig leer, hab ich doch grad gesagt. Richtig leer. Lame. Du bist leer im Kopf oder so. Keine Ahnung, aber was. Ich weiß nicht, was mit dir abgeht. Was geht mit dir ab, Hermo? Nix. Killen. Waffeschmissen. Killen. Killen. Da, tot. Ähm. So, das ist erstmal ne Waffenköste. Da ist immer noch keine Textur eingefügt worden. Das ist voll komisch. Was? Textur wo? Ja, da. Das, wo ich dann nur lila sehe. Das ist ein Badass-Vacure. Hier, Karnate. Wer dich nicht? Hier, ich bin unsichtbar. Boah. Oha. Lol. Wo ich hingefallen bin. Ah ja, mach das mal da oben. Ach du. Lol. Ah, ok. Nein. Stopp. Ich bin ja voll dumm. Ja. Wieso? Mein Facelog geht ja immer noch. Der Facelog war ja auf F. Hm. Was ist das? Jetzt noch ein Action-Blood-Fuckung oder was? Ja. Auf was für einen Tasten? Auf. Schlagen. Achso. Okay. Da geht dann, geht dann so eine, äh... Ach. Alter. Da war ja eine Kugel raus. Aha. Ist aber der selbe CD. Verdammt. Wie kommt man hier nochmal hoch? Oh, scheiße. Oh nein. Oh nein. Uh. Ich back dir grad bisschen was. Wie kam man denn hier nochmal... Wie kam ich mir mal zu dir hoch? Ich hab keine Texturen mehr, Jens. Du hast irgendwas von Texturen gesagt und bei mir fehlen... Ja. Bei mir fehlen halt einfach welche. Erzähl doch kein Müll. Doch. Ist so. Ich hab zum Beispiel da jetzt nichts Gliedernes drum. Ich habe hier hinten... Keine Waffen liegen. In der... Truhe. Oh. Oh Mist. Ja. Wir haben jede Menge Angreifer. Ja. Ich könnte mich jetzt rausreden und sagen... Ich seh sie nicht. Aber das stimmt nicht. Nein. Einfach okay. Ich hab hier auch schon die ganze Zeit. Ich glaube ich hab jetzt schon von diesen Lackuriden gerade hier... Keine Ahnung... 50 Stück getötet. Mit dieser Hammer Überspruch. Also nicht mit der Normal, sondern mit der wo ich da vorhin gefunden hab. Wenn du mir nicht geglaubt hast. Äh? Und Iridium hab ich gefunden. So ja die wollte ich mir noch zeigen. Da 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 da... Hm. Gabst hier nicht noch ein Schalter? Mann Mann ey. Wurbelts? 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 Wuuuwuuow... Da ist ein... Der hat keinen Arm drüber. Was kommt da raus? Nichts gut. Sehr gut. vielleicht doch was rausgekommen ist nicht mehr wie ich zu dir da ist ein leiter bist du da unten in der mitte da ist ein leiter ach da komme ich ja so ich bin vorhin einfach nur auf das band gesprungen hahaha ich bin so doof okay ich bin unterwegs das schaffe ich sogar noch locker dich zu retten ohne probleme ja das sollte kein problem sein ich habe noch wo ich bin ich und wenn ich bin unten jetzt bin ich hochgelaufen der bett ist hat mich runter gehauen ja auch nix dafür so ihr posses was gehen ab hier oben eigentlich ist doch alles voll easy peasy wo haut der rein ja was hast du hier oben anstellt ich weiß es nicht ich glaube die mögen meine spielweise nicht ja ich glaube auch ich mag deine spielweise auch gerade nicht mehr was mit dem bäde ist eigentlich hier zack unsichtbar zack unsichtbar wollte ich gerade sagen alter stopp da hinten eigentlich sein warum ist denn hier eigentlich nichts in der waffenkiste immer schön das kann ja nichts mehr aufnehmen ich kann ja noch nichts aber was ist hier los man hat das connectet ich da mal wo ich dann starte ja da vorne vom eingang halt ach so wegen links zeug jetzt jetzt endlich ist der scheiß bett ist da und da kommt der nächste an natürlich natürlich bin ich so was denn dann auch guck mal die waffe sehe ich und die waffe sehe ich auch die aus den kisten sich nicht so sehr schön mussten wer das immer von hinten angreifen wo er das immer das immer scheiße jetzt habe ich die kugel ausgeschickt kommt da jetzt raus super bett ist was 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 stimmt da jetzt super bett es war kürt ja genau um jaja perro viel Spaß macht den mal ich bin vorne bei mir ja toll ja toll also ich sehe den nicht ja ich sehe ihn wirklich nicht ja danke super hier lass ihn mal ich hätte auch umgehauen ich sehe ihn doch nicht ja ist sehr schön aber ist toll was soll ich jetzt machen da ist er ich sehe gott sei dank was ist hier los jetzt ist er weg wo ist er hin ja jetzt ist er bei mir auch weg oh die ist gut die nehme ich mir mit kann er sich umsichtbar machen da ist er ich glaube schon ja er ist so ein fernachter der geht nach unten hübsen tut dauernd alter hinter dir ich war nicht mal annähernd hochgeheilt deswegen sterbe ich die ganze zeit weil ich voll geheilt werde ja guck da jetzt hoch eine granate habe ich nur noch treffen mich zu kurz viel zu kurz man hast du nicht die dauer das scheißdings killen ich hau gleich meine flicks drauf ja lass das mal ein bisschen im kreis laufen wo ist er denn wo ist er ja ich mache mich umsichtbar ich wollte nix mit dem slack nein keine munition mehr dann keine panik wo ist er denn sagt er hinter mir so danke das ist das wird ausdauerkampf für das müssen wir da reinloggen da hat er wieder was angerichtet ja 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 das ist nicht was eigentlich eigentlich meine waffe gerade rausgeschmissen oder keine ahnung siehst du da irgendwo eine waffe in den niederwaffe sniper die muss da irgendwo liegen warte ich guck gleich mal bist du vielleicht auch da hättest nicht eben erst rausgeworfen kurz bevor ich gestorben bin ich guck mal ganz schnell ganz schnell ganz schnell die lila snipers gesagt ja also nicht lila orange schuldigung wo ist jetzt auch das bricht mich doch jetzt an kommen wir jetzt gerade nicht hoch zu dir mal zum abgang schießt da ist mit dem raketenwerfer schnell hau ab nämlich noch und gefällig lobt kacke man diesen ipo das ist eigentlich jetzt nicht als verfluchte sniper munition die nicht mal munition ich kann auch keine munition aufnehmen weil ich sie nicht sehe ich habe gerade aufgenommen ich bin tot nein bist du nicht du bist aber wenn du jetzt gleich sofort noch mal stoppst auf jeden fall tot ich versuche es halt mit der mit dem raketenwerfer zu tissen hier mann ich habe keine andere chance aber gleich 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 jetzt ja wo bist du jetzt wo bist du ich sehe dich nicht da zwischen den tausend sachen von ihr das sieht ja lustig aus was für ein iridium da iridium alter ich sehe nichts hier ist granaten mod 4100 ich sehe nichts nimm einfach erstmal alles mit ich sehe nichts die sind alle schlecht also alle schlechter als die wir haben wo ist meine sniper suche meine sniper muss hinten irgendwo sein ich guck nochmal kurz ob ich es nicht doch aufgenommen habe hast du gesagt orange hast du gesagt ja orange gelb lila nicht lila hä ja orange halt so gelb orange keine ahnung was das ist nein habe ich nicht ach vor allem wie 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 such meine sniper ey was ist denn los bei dir ich habe sie nicht und hier liegt sie auch nirgendwo rum alter disconnect wenn du sie verkaufst kann ich auch nix ich habe sie nicht verkauft ich habe sie die waffe gewechselt und dann war sie nicht mehr da auf jeden Fall auf zum labern ja was kann ich denn dafür wie er mich anmacht aber er will auch nicht so gut ja ja oh weißt du ja kein wunder dass du hier die ganze zeit abstaubst du rippst du die ganze zeit die waffen hier habe ich gefarmt hart erarbeitet ja ja natürlich ist so das ist nämlich die von hier gewesen ach und du warst hier ganz alleine gewesen oder was ja ganz alleine ich mit diesem char ach so dann tust du waffen auf diesen char transferieren ja warum damit ich sie auf diesen char habe ach so wenn ich sie dir zeigen wollte was es da gibt das ist der bogen von minecraft wusste ich nicht hast du mir noch nie gezeigt doch ne doch nein doch habe ich dir doch habe ich dir ich habe sie dir sogar gegeben du hast sogar damit geschossen ja 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 das aber was für ein bogen ja der schieß die schießanimation ist wie ein bogen ach so das ding meinst du ja ach so ich habe außerdem das ding gefunden hast du gefunden ne ich zieh mal dran ja ist ganz vorne am eingang ach so du meinst den hebel ich habe gedacht deine waffe nein wo bin ich denn aber wie muss ich denn überhaupt hin bist du denn überhaupt warum sehe ich denn dich nicht weil du nicht bei mir im spiel bist ach flucht ja ach halt dein mauer jetzt ja halt du deinen mauer man jetzt geht's gleich geben einer ach ja komm weil du unfähig bist mit deinem leben ja ja ich ja du ja nicht ich du ja du hau mir einfach die texturen weg ja ja das ist welches arme schul das kann doch das kann voll was dafür voll was dafür weil du unfähig bist kann s was dafür was kann ich dafür ich habe bestimmt keine texturen verschwinden lassen naja da bin ich mir halt nicht so sicher ja doch wo bin ich denn was ist denn das hier hier ist der haken